Nachdenkseiten Die kritische Website Der Kafka-S-Geweg zur Durchführung der Zwangsvollstreckung des Urteils des Landgerichts Berlin gegen Bundespressekonferenz e.V. Ein Erfahrungsbericht von Florian Warwick Am 27. Juli erging das Urteil des Landgerichts Berlin, in welchem der private Verein Bundespressekonferenz e.V. dazu verurteilt wurde, dem Nachdenkseitenredakteur Florian Warwick zu seinen Veranstaltungen und Angeboten wie einem Mitglied Zugang zu gewähren. Zudem führte das Gericht aus, das Urteil ist vorläufig verstreckbar für den Kläger gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 5000 Euro. Doch was recht einfach klingt, zog sich über Wochen hin, und die letztendliche Hinterlegung der genannten Summe in bar beim Amtsgericht Berlin blich einer geradezu Kafka-esken Erfahrung, die Erinnerungen an einen Asterix- und Obelix-Klassiker wachrief, das Haus, das verrückt macht. Zwei Tage nach Urteilsverkündung begab ich mich in den Urlaub, und in der Redaktion hatten wir vereinbart, dass wir das Thema vorläufige Vollstreckung nach meiner Rückkehr besprechen. Der juristische Fachbegriff vorläufige Vollstreckung bedeutet, dass aus einem Gerichtsurteil bereits die Zwangsvollstreckung betrieben werden kann, obwohl dieses noch nicht rechtskräftig ist, also die Rechtsmittelfrist noch läuft oder das Verfahren sich in der Berufung befindet. Unterschieden wird dabei noch zwischen Urteilen, die ohne Sicherheitsleistung für vorläufig vollstreckbar erklärt werden, und solchen, die nur gegen Sicherheitsleistung vollstreckbar sind. Letzteres ist im Falle des Urteils zugunsten der Nachdenkseiten der Fall. Nach einer recht nassen Fahrradtour durch den Müritz-Nationalpark sowie einer von Sonne verwöhnten Wandertour durch den retro-romanischen Teil der Schweizer Alpen kehrte ich nach zwei Wochen gut erholt zurück. Bei der Redaktionskonferenz am 14. August entschieden wir dann einstimmig, dass wir den Weg der vorläufigen Vollstreckung gehen werden, um zeitnah in der BPK präsent sein zu können. Für diese Vollstreckbarkeit kann man entweder eine Bankbürgschaft vorweisen oder aber bei einer sogenannten Hinterlegungsstelle vor Gericht die entsprechende Summe einzahlen. Unser Anwalt riet uns zur Bankbürgschaft, er meinte, das sei leichter umzusetzen. Also fragten wir zunächst bei der Hausbank der Nachdenkseiten an, die uns auch die Bürgschaft ausstellte, allerdings auf den Namen des Trägervereins. Dies akzeptierte jedoch die Gegenseite, also der Privatverein Bundespressekonferenz e.V., nicht. Sie verlangten, dass mein Name explizit in der Bürgschaft auftaucht. Schwierig, da ich nicht Kunde der Nachdenkseitenhausbank bin. Angesichts der Verweigerungs- und Verzögerungstaktik der BPK blieb als einzige sichere und nicht anzweifelbare Option die Hinterlegung der 5.000 Euro bei der Hinterlegungsstelle, angegliedert beim Amtsgericht im Berlin-Tiergarten Kirchstraße 6. Ein Anruf bei besagter Stelle ergab, dass man die geforderte Summe von 5.000 Euro ausschließlich in bar bei der entsprechenden Gerichtszahlstelle einzahlen kann. Also erst mal Abhebelimit bei meiner Bank erhöhen lassen, was im konkreten Fall mit einer längeren Warteschleife beim Kundentelefon verbunden war und in der Umsetzung einen weiteren Tag dauerte. Dann war es soweit. Am 5. September machte ich mich, nachdem ich meinen Sohn zur Schule gebracht hatte, auf den Weg zum Geldautomaten meiner Wahl, um mir fünfmal je 1.000 Euro aus dem Automaten zu ziehen. Dank einer vorherigen Finanzspritze der Nachdenkseiten lag diese Summe auch auf meinem Konto vor. Mit diesem mittlerweile vierstelligen Betrag in der Fahrradtasche verstaut, ging es dann weiter zum Amtsgericht Tiergarten. Der Sicherheitsbeamte am Eingang war zunächst ganz irritiert von meiner Frage nach dem Weg zur Hinterlegungsstelle, erklärte mir aber nach Durchsicht einer Liste Raum 1689, also erster Stock. Odyssee durchs Amtsgericht Gesagt, getan. Wobei ich zunächst noch die Sicherheitskontrolle durchlaufen musste, und das gestaltete sich problematischer als gedacht, weil die verantwortlichen Beamten Sorge hatten, was ich mit den 15er-Schraubenschlüsseln aus meinem Fahrradreparaturset und der 1. FC Union Hartplastikflasche im Gericht so alles anstellen könnte. Doch nach Einbehalt von Reparaturset und Flasche, insbesondere letztere, zog einen missbilligen Blick des wohl eher härter zu geneigten Beamten auf sich, durfte ich mich auf den Weg machen. Allerdings befand sich im ersten Stock wieder ein Raum mit der Zifferfolge 1689, noch wusste jemand was von einer Hinterlegungsstelle. Nur eine Sachbearbeiterin meinte, ich sollte es mal im dritten Stock versuchen, die konkrete Raumnummer wusste sie aber nicht. Doch auch in diesem Stockwerk wusste zunächst niemand, wo sich die Hinterlegungsstelle befinden könnte, bis bezeichnenderweise ein anwesender Haustechniker meinte, er hätte im sechsten Stock mal was von so einer Stelle gelesen. Im sechsten Stock brauchte ich aber auch drei Frageversuche, ehe ich dann tatsächlich die gut versteckte Hinterlegungsstelle fand. Nach kein Plan gab es eine nette Abteilungsleiterin von was auch immer, die anfänglich zwar meinte, dass sie nicht wüsste, wo sich diese Stelle befinden könnte, dann erhellte sich aber ihr Gesicht und sie meinte, Sehen Sie diese Tür links, da steht zwar Durchgang verboten drauf, aber da hält sich sowieso niemand dran. Also gehen Sie ruhig durch diese Tür und dann müsste die irgendwann kommen. Ich folgte der eigenwilligen Beschreibung und landete dann vor zwei Damen mit Kaffeetassen in der Hand, die sich zunächst nur ungern bei ihrem Plausch, es war ungefähr 8.35 Uhr, unterbrechen ließen. Diese gaben mir aber immerhin die erste richtig konkrete Antwort. Gehen Sie durch bis ganz zum Schluss, dann auf der linken Seite finden Sie die Hinterlegungsstelle. Und tatsächlich, nach meiner kleinen Odyssee durch die sechs Stockwerke des Amtsgerichts Tiergarten war ich am Ziel, so dachte ich zumindest. Die Mitarbeiterinnen, ausschließlich weibliches Personal der Hinterlegungsstelle, straften alle Klischees über die Berliner Bürokratie erstmal Lügen. Nett und zuvorkommend erklärten sie mir, was sie bräuchten, Kopie des Urteils, und dass ich mich kurz gedulden sollte, sie würden alles für mich vorbereiten. Keine fünf Minuten später hatte ich einen komplett ausgefüllten Antrag auf Hinterlegung in der Hand und mir wurde noch ein schöner Tag gewünscht. Im Bewusstsein der 5.000 Euro in bar, die darauf warteten, aus ihrer unbequemen Lage in meiner Fahrradtasche befreit zu werden, fragte ich leicht irritiert nach, wo ich das Geld denn jetzt einzahlen sollte. Na, in der Gerichtszahlstelle, hieß es dann ganz selbstverständlich. Auf meine Frage, wo die denn sei, erntete ich einen überraschten Augenaufschlag und die Antwort, dass sich diese Stelle nicht im Amtsgericht, sondern im Landgericht Berlin in der Turmstraße 91 befand. Einige Straßen weiter. Na, dann rücken Sie mal die 5.000 Euro rüber. Mit dieser Information ausgerüstet, brachte ich erstmal Trinkflasche und Fahrradreparaturzeug zurück in meinen Besitz und machte mich dann auf den Weg zur Turmstraße 91. Dort angekommen, ging diesmal alles ganz schnell. Beim Eingang wies man mir sofort den Weg zur Gerichtszentrale, Raum A131, und weder Flasche noch Fahrradreparaturwerkzeug sorgten diesmal für Unruhe bei der Gepäckkontrolle. Und A131 entpuppte sich tatsächlich als der richtige Raum. Ich legte den Antrag auf Hinterlegung vor und der diensthabende Beamte meinte mit einem breiten Grinsen auf den Lippen, na, dann rücken Sie mal die 5.000 Euro rüber. Ich tat wie geheißen und schaute noch einmal verwundert auf den recht kleinen Stapel 5.000 Euro in bar, hatte ich mir irgendwie imposanter vorgestellt. Aber 50 Scheine a 100 Euro sind dann doch nicht so voluminös. Die Zählmaschine hinter der Annahmeschalte brauchte auch nur wenige Sekunden zum Durchzählen. Kurz darauf summte der Drucker, man hörte das typische Stempelgeräusch und das Kratzen der unterschreibenden Kugelschreiber. Ein kurzes Nicken hinter der Glasscheibe und ich konnte meinen Hinterlegungsschein entgegennehmen und in voller Schönheit bewundern. Aus den geschilderten Erlebnissen ergeben sich einige Fragen. Welches Genie in der Berliner Verwaltung ist auf die Idee gekommen, dass man die Hinterlegungsstelle für Geldsummen dem Amtsgericht zuordnet, die Einzahlungsstelle für jene Hinterlegung aber wiederum dem Landgericht? Wieso zentralisiert man nicht beide Stellen an einem Ort und lässt stattdessen Menschen mit Barsummen im mindestens vierstelligen Bereich einen Kilometer durch Berlin laufen? Des Weiteren wäre es interessant zu erfahren, aus welchen Gründen man in der Gerichtszahlstelle in Berlin, wohlgemerkt, wir sprechen hier von Beträgen ab 5000 Euro aufwärts, ausschließlich in bar hinterlegen, einzahlen kann. Auch gedenk der Tatsache, dass das Geldwäschegesetz bei Bareinzahlung auf das eigene Konto ab einem Betrag von 10.000 Euro eine Nachweispflicht vorsieht. Abschließende Bemerkung Vor dem Hintergrund der Hinterlegung der 5000 Euro zur vorläufigen Vollstreckung gemäß dem Urteilsspruch sollte bis zum nächsten Urteil in der zweiten Instanz des Berliner Kammergerichts meine Teilnahme an den Regierungspressekonferenzen der BPK rechtlich eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Angesichts des bisherigen Verhaltens der BPK ist aber nicht auszuschließen, dass der BPK-Vorstand selbst jetzt noch versuchen wird, meine Teilnahme zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Wir werden unsere Leser auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.